Im Leben wirst du oft mit Dingen konfrontiert, auf die du absolut keine Lust hast. Du denkst dir, warum ich? Warum bin ich in dieser Situation? Warum passiert das alles? Und vor allem im Erfolg mit Frauen ist es so, dass du, wenn du mal eine hübsche Frau auf der Straße siehst und die Möglichkeit hast, sie anzusprechen, dass irgendwas dich auffällt, dass du sagst, ah, ich kann da nicht hingehen, ich fühle mich gerade nicht danach, ich glaube, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Du denkst, weißt du, die ist jetzt gerade so schnell unterwegs, die nächste und so weiter und so fort. Und dein Kopf hat in diesem Moment nur eine einzige Funktion. Dein Ego und dich in Homöostasis zu lassen, im Gleichgewicht zu lassen, sodass du nicht dahin gehen musst, deinen Arsch bewegen musst und aus deiner Komfortzone gehst. In diesem Video will ich mit dir über die Selbstsabotage, die du dir selber antust. Und ich will mit dir ein Konzept besprechen, was mein Leben fundamental verändert hat und was das Leben meiner Trainees sowieso verändert. Und was du in deinem Leben implementieren kannst, damit diese Ungenauigkeit, die du besitzt, dass sie einfach verschwendet. Mein Name ist Mert, ich habe vier beschäftigten Männern, die richtige Frau zu finden, sie zu behalten und letztendlich seine eigene Zeit nicht zu verschwenden. Und heute werden wir hier in diesem Vlog darüber reden, wie du es hinbekommst, in Momenten, wo du absolut keine Ahnung hast, was du machen sollst, genau zu wissen, in welche Richtung du gehen musst. Abonnier den Kanal und wir die Glocke hören. Das Video wird nicht super lang gehen, weil ich gleich noch ein Meeting habe. Aber ich dachte, ich gebe dir bereits diesen Punkt mit. Denn angenommen, du bist in einer Situation, wo du beispielsweise eine fremde Frau ansprechen willst und du siehst sie und sie ist wunderschön. Sie geht an der Straße vorbei und du willst da hingehen. Du hast das Gefühl, ja, doch, doch, sie ist mein Typ, ich will da hingehen, ich will was machen. Aber irgendwas hält dich auf. Und das, was dich auffällt, ist dein Gemütszustand. Dein emotionales System ist in diesem Moment nicht wirklich auf der Höhe. Du denkst, ja, weil ich mich so fühle, ich kann da nicht hingehen. Und jetzt gebe ich dir das Konzept der Konkurrenz. Angenommen, du fühlst dich jetzt nicht sonderlich gut, du bist nicht ganz da. Ja, dann ist genau das das Richtige. Dann ist das genau das Richtige. Und Frauen haben Bock darauf. Frauen lieben es. Frauen wollen dich genauso. Warum ist das so wichtig, dass du in dem Moment so denkst? Stimmt es, dass wenn du in einer besseren Laune bist, wenn du dich gut fühlst, dass Frauen eher auf dich reagieren? Ja, natürlich. Aber in diesem Moment, wenn du versuchst, eine Resistenz dagegen aufzubauen und du sagst, ich darf mich nicht so fühlen, ich muss mich gut fühlen, ich muss so und ich muss so, dann wird das bleiben. What you resist persists. Je mehr du Resistenz gegen eine Sache zeigst, desto eher wird diese Sache bleiben. Fühlt sich nicht gut? Es wird bleiben. All diese Gedanken gehen durch deinen Kopf, du zeigst Resistenz, es wird bleiben. Deshalb ist es wichtig, in diesem Moment zu sagen, okay, ich fühle mich absolut wie ein Lappen und ich habe sowas noch nie in meinem Leben gemacht. Egal. Es ist gut so. Frauen lieben das. Frauen lieben Jungfrauen. Yes. Yes, we can. Und dann gehst du da hin. Weil in dem Moment, wo du okay mit deinem Zustand bist, in dem Moment kannst du von diesem Zustand wegkommen. Und dein Bewusstsein erweitert sich auf weitere Ebenen. So und ich will das Ganze nicht allzu spirituell machen, weil letztendlich ist es super simpel. Du sagst, dass du dich so fühlst und dass es okay ist, aber trotzdem hast du ein klares Ziel. Du sagst dir, ich gehe da hin. Ich gehe da hin. Ich gehe da hin. Ich gehe da hin. Ich fühle mich wie der größte Lappen und das ist okay. Frauen lieben es. Ich gehe da hin. Und letztendlich musst du ein antifragiles Objekt werden. Das heißt, dass du ein Organismus bist, der immer, wenn er mit einem Schockmoment konfrontiert wird, ganz egal wo, weil das kannst du auch im, ich werde in anderen Videos ein bisschen tiefer auf diese Thematik Antifragilität eingehen, das ist unglaublich interessant. Du willst letztendlich dich immer wieder Schockmomenten aussetzen, damit du stärker wirst. Es ist wie im Gym. Deine Muskelfasern zerreißen und dadurch wirst du besser. Und das kannst du nicht nur bei Frauen so sehen, wenn du eine Frau ansprichst, wenn du mit ihr flirtest und dich irgendwas noch belastet. Nein, das kannst du in deinem gesamten Leben anwenden. In Momenten, wo es unklar ist, das sind Momente, wo du am meisten wachsen kannst. Es geht dir nicht um den Gewinn, um die Stimulation am Ende des Tages. Es geht dir mehr darum, diese Erfahrungen zu machen. Weil von all den Dingen, die passiert sind in deinem Leben, ich wette mit dir, dass die Erfahrungen, die am negativsten waren, die am meisten gebracht haben, die Erfahrungen, also mit negativ, das ist ja auch eine Interpretation, aber die Erfahrungen, die dich am meisten gepusht haben, haben dir so viel für dein eigenes Leben gebracht, dass du jetzt hier stehst und dass du dir sagst, hey, ich will mich ändern. Ich will besser werden. Ich will das Ganze haben. Du wurdest hungriger dadurch. Du hast gesehen, was möglich ist. Und jedes Mal, wenn du es tust, siehst du immer und immer mehr, was möglich ist. Anstatt, dass du deinen Verstand auf das, was gerade da ist, fokussierst und präventive Maßnahmen halten willst und sagst, nein, 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 mein Leben ist so gut, wie es ist und ich würde nicht versuchen, da rauszugehen, weil ich ein Küken bin. Anstatt, dass du das machst, versuch doch einfach rauszugehen. Versuch doch einfach, mehr aus deinem Leben zu machen und guck nach vorne. Denn du kannst den Blick, du kannst ihn so lange auf die Vergangenheit legen, wie du willst, aber das wird nichts ändern. Wenn du deinen Blick auf deine Zukunft setzt und schaust, was vor dir ist und immer und immer und immer weiter nach vorne gehst, mein Freund, dann erwartet dich ein gutes Leben. Es gibt nicht das eine Ziel. Sobald das Ziel erreicht ist, willst du ein weiteres Ziel erreichen und so weiter. Ja, dann spiel das Spiel vernünftig. Ist ein bisschen motivationsmäßig geworden gerade, aber ich finde es gut. Und letztendlich, worauf ich hinaus verlässe. In den Momenten, wo du dir denkst, nee, ich weiß nicht, ob das, was ich hier gerade mache, schlau ist. Ich weiß nicht, ob ich hier gut rauskomme. Tu es, tu es, weil das wird dein System stärken. Seh dein Leben als System, als Organismus, der dadurch gestärkt wird. Dein gesamtes Leben, die Muskelfasern zerreißen und bereiten sich dann das nächste Mal darauf vor, mehr zu können, mehr Herausforderungen anzunehmen. So, und wenn du sagst, ey, yo, ich mag das Konzept, Matt, ich mag, wie du es rüberbringst, ich will von dir lernen, bist ein geiler Typ, ich danke dir, ich weiß, dann guck unten in die Videobeschreibung. Zum ersten Link, kommt zum kostenlosen Erstgespräch, wo wir zwei über deine Situation reden, deine Situation mit Frauen, wo du im Leben stehst, welche Art von Frau du haben willst und so weiter und so fort. Deine persönliche Weiterentwicklung als Mann steht hier im Fokus. Erster Link in der Videobeschreibung, tu dir selber den Gefallen, du weißt, es wird dir helfen, du weißt das ganz genau. Weil ich meine, wenn du den Content schon länger konsumierst, dann weißt du, ah, okay, ich sollte mal lieber anfangen, weil darüber nachzudenken bringt nichts. Schau noch vorne in die Zukunft. Verbessert dich. Hör nicht auf. Sei hungrig. Wir sehen uns das nächste Mal. Dein Matt. Dein Matt.